Ah, wir müssen echt chillen. Wie mehr Tentackel? Es ist ansonsten nur noch was für cooles. Wie sind das Spiel? Hey, zu spitze zu. Bist du noch in der Mitte? Nein, ich bin gerade noch mal rechts auf die Karte. Gucken, ob da noch ein Fels bleibt. Ha! Fuck! Dankeschön. Ja, komm, jetzt ist links. Oh, ja, klar. Ja, dann geht ich mich einfach mal nach links. Gut, gehen wir da vorne mal erobern. Vielleicht ist das Feld in der Mitte auch später der Bosskampf. Also, der Speck kommt noch so wenig Schaden. So, ich überlebe die Bühne oder so. So, gucken wir uns an der zweite Speck an. Ja, der macht ein bisschen mehr. Ah, schau mal, wenn er eine zweite Waffe kriegt. Ja, die Bühne ist hier. Oh, sehr. Nehmen wir Skaden. So, ich hab hier aber unbearbeitet. Und hier kommt nichts. Das ist ein bisschen der Hochschuss. Ich hab hier alles. Ich hab hier alles. Die kann doch nicht schreien. Kann das schon sein, aber... Ich hab hier alles. Ich hab hier alles. Die kann doch nicht schreien. Kann das schon sein, doch. Nee, nicht jeden. Ich hab hier schon gar nicht schreien. Ich hab hier schon gar nicht schreien. Der Rest. Ist aber geschlossen. Ich bin eingesperrt. Verstärkung. Ich hab hier vielleicht nichts erreicht. Ich hab hier vielleicht nichts erreicht. Ich hab hier vielleicht nichts erreicht. Und wie viel bist du schon? Passt. 1100 Minuten. Jetzt haben wir doch nicht schreien. Das ist nicht ein Schwertschat. Ah, ich hab hier eine Spur bekommen. Wo am auf der Harte ich bin. Na, ich bin jetzt gleich bei dir. Ich hab hier eine Spur bekommen. Ich hab hier eine Spur bekommen. Ich hab hier eine Spur bekommen. Ich kann sie auch... Doch, schreien sie auch nicht. Wahrscheinlich die neue Waffe. Schau mal drauf. Der Boomerang! Der Boomerang! Was denn? Der Boomerang, Alter. Ich bin jetzt nicht mehr so toll mit deinem Erfen. Ich hab hier... Ich hab hier... Ich hab hier... Die alle haben hier bekommen. Ja, das ist das... Die Bombe. Da woh? Dann gehe ich mal zurück. Ich guck mal auf die Station. Das ist ja schon. Ich merke mich. Ich werde jetzt nicht mehr so weit. Ok, dann muss ich den Tentakel befassen. Warte, irgendwo noch Tentakel? Das ist ein Poppin. Das ist ja schön. Du hast einen Herzcontainer angesprochen, ne? Noch nicht. Ich möchte so viel in meine eigene. Also wenn du Gegner mit dem Blumerang triffst, werden die betäucht. Fragst du, wenn wir jetzt hier los sind? Weißt du, wie geil das Ding ist? Das ist wirklich nicht möglich. Jetzt haben wir alles. Gute Held, lass dich anschauen. Was? Das ist Triforce? Zwei? Ah, ich verstehe. So ist es. Na raus, mein Wild. Ah, ich bin gut, 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 gut. Die Kasse ist ein bisschen. Yo, ist klar. Eisenpflanzen. Gieß dir der Tentakelbomb. Sieht nett aus. Ha! Ha! Der ist bei dir, ne? Yo! Ah, du packst das schon. Ich auch wollen mal hier oben die Festung, ne? Okay, dann kann es sein, dass ich hier oben auch was hab, nur dass ich hier das setzieren muss. Okay. Okay. Der ist auch gerade schön da, wie du... Schau aufs. Leid. Schwierig. Schwierig. Ich weiß gerade nicht so recht, wie ich das angreifen kann. Die Boomerang. Na, warte darauf und drifte da den Boomerang. Okay, hier oben so viel Eferle zu. Also stecken natürlich, das hat keine Zeit. Die Frage ist, welches jetzt die Pflanze besiegt? Das Spiel ist vorbei. Natürlich. Sehr interessant. Soll ich kurz runter und du gehst am besten hoch? Ich bin schon vorbei. Nein. Soll ich auch rein. Soll ich auch rein. Soll ich auch rein. Soll ich auch nicht. Aber dann soll ich ja schnell runter gehen. Dann kann ich feiern. Ja. Ich bin schon fertig. Okay. Boomerang. Ich bin schon fertig. Aber das ist doch der Gedanke. Aber da war es doch noch nie geil, oder? Das war nicht mal schnell oben. Herz. Toll. Das kommt davon, wenn man solche Spiele schon öfter gespielt hat. Ist das jetzt nicht so schlecht? Nee, dann hast du schnell verobenen. Da ist die Warrior ganz genau so aufgebaut. Und da merkt man sich einfach die Karte zu öffnen. Cool, Boomerang-Power. Und nochmal. Mit dem Boomerang-Power-Akku vom Tornado soll er den wirfst. Ich dachte, dass ich das schon immer wüsste. Woaa, ok. Wo-wo-wo-wo-wo-eyyyy! Also, du kannst den Angriff mit Boomerang sogar dann kippeln. Ich bin schuld. Aber er verschwindet einfach? Könntest du wissen. Wir können doch immer nicht in den einen Horn hindern. Ich denke, weil das ist vielleicht der Finale. um hier zu gehen. Ja, okay. Bist du links, nicht rechts? Können wir machen. Das war sehr extrem ein Vorteil, dass ich jetzt so weit spiele. Spart Zeit. Ich geh doch unter den Anpass. Wieso darf ich jetzt? Ich darf nicht den Takt nur noch mehr an. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich hier drüber. Ich bin hier bestimmt. Ist das bei dir? Ich komme und rübergeraufen. Ja. Diesmal kommt das nicht. Reift an. Geld. Das kommt schon so ein Examen Teil. Start. Ist das zu langsam? Ja, ne. Ist klar. Jetzt bewegt das sich physisch auch noch über das ganze Feld. Ganz hart. Ich weiß nicht. Wow. Es dreht hier voll durch. Das ist ein Examen. Ist die in diese Hände von mir? Die haben wir hier nicht. Ich glaube, das ist halt so. Sollte das Finne schiebzen, oder? Nein, doch. Sag! Ja, was ist denn das? Ich glaube, du kannst mal bei uns nicht schießen. Weil ich kann auch nicht mal angreifen, ich stehe es vorbei. Wie kommt man da rein? Schon seltsam ist. Geht auch nicht. Das ist... Allein deswegen muss man ja schon wissen, dass das Zelda ist. Weil Zelda auch ein Verträger des Nazis. Nicht zu verkommen habe ich auch, dass Trifus ja Weisheit mitzubringen. Weil Zelda hat ja das Verträger. Ich weiß. Warte, du Verträger. Seht, die Trifus sind alle seiner Brach. Oh nein. Nicht zu tun lassen, oder? Das ist das Zeug. Warte. Das ist das Zeug. Moment. Da hab ich meine Seele zu berufen. Ich spüre, das ist schwer. Leicht im Ausrüsten? Lasst mich raten, der altbekannte Boss-Gegner Ganondorf erscheint. Kannst du das Spiel durchspielen? Oder sogar ein extra-Gegner aus Tiefen. Dann kann es auch möglich sein, dass du dich auf unserer Seite stehst. Dann warte ich beim Spielen. Hey, wo fällt die da? Du bist jetzt nicht möglich. Oh! Das war in unsere Frau, oder? Das wäre in unsere Frau! Glaube ich. Ich habe es nicht einmal spielen können. Ich brauche sie nicht. Aber das ist sie auf jeden Fall. Ich bin ziemlich sicher. Zehn, bitte. Meine Stimme öffnet ewig. Also, die wird falsch. Oh, das sind die Gansarten. Oh, mein Gott. Drei Momente. Deine Sehle sind von der Fischen eingetreten. Jetzt fehlt nur noch das letzte, das durch das Master Schwange festgehalten wird. Der Master Struck. Das Master Schwange. Erkennt man ja. Nur zu gut. Die Triforce hatte bereits erwähnt die Triforce von Power. Von Link, sie verraten die Triforce von Courage. Die Triforce von Wisdom war die birthright der Royal Family von Hyrule. Yet sie verraten sie, wenn sie sie verraten. Als sie sie verraten hat, sie verraten die Triforce. Sie verraten ihre unglaubliche Kraft, um Zeit und Zeit zu öffnen, und öffnen doorways durch die Ängen. Die Triforce kam. 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 Als alle Triforce verraten wurden, sie verraten die Schmerzen, die Siya hat auf ihre Lande verraten. Mit Zeit zu langsamer zu verraten, Link und seine Alliierten verraten, um alle drei Triforce zu verraten. Die Triforce kam. Sie verraten sie, um ihre Garten zu öffnen und sich sicher zurückzuholen. Das ist immer cool, ne? Es sind jetzt mehrere Zeiten. Das eine war dann Skyward Sword, das andere war ich Twilight Princess und so. Das sind ja alles immer andere. So viele Zeitdinger, ne? Vor allem Ocarina of Time. Das ist schon anbieten. Waffe halten, Dekostab. Ein Ast der Dekostab. Ein Ast der Dekostab. Ein Ast der Dekostab. Okay, sie kann den Dekostab tragen. Oh, nett. What the fuck? Ach, du hast diese Waffe mit mehr Socken gehört? Ja. Ja, weißt du, das ist das erste Mal, dass du mit mehr als einem Sock gesehen hast. Lichtbonus. Stampe 2. Ah, direkt ein Licht. Wohohoho. Ah, nur 880 Stärke, wie drauf stehst du? Dennoch kannst du noch einen zweiten Sock rein tun und eine neue Fehlsteck freischalten. Ja, Robin, du kannst nur 10 Waffen derselben Art besitzen, dein Maximus dabei Schläge nicht. Ah, okay, so können wir das auch auswählen. Ich weiß nur eine, Robin, du kannst nur eine 88 Waffe mit mir. Ich weiß nur eine 88 Waffe mit mir. Du kannst nur eine 88 Waffe mit mir. So, hast du noch eine 88? Nee, ich brauch nur eine 80 Waffe. Dennoch wirst du dann sofort den Platz los. Stimmt, das gibt mir sogar Robin. Wo ist es weg, ist es weg. Ja, weil du gestern hast. Was ist in der 88 für eine Fähigkeit drin, die du noch hast? Erfahrung, oder? Statt an. Das braucht man eigentlich nicht. Statt an ist jetzt nicht so. Die Beine, okay. Ich weiß nicht, die können wir ja später hoch suchen. Bestätigen, ne? Ach, 88 Waffe. Ach, 88 Waffe. Das ist noch ein bisschen. Das ist noch eine gute Idee, ne? Bisschen da viele neue Items. Und ein neues Bild haben wir bekommen. Ja, also die kriegst du für die Skulptur erst. Ja, das ist noch eine gute Idee. Haben wir in den Level alles gefunden, ne? Eigentlich ja. Halleloll! Du kannst nehmen das an, das kann nur von Link erhalten. Ich bin natürlich die ernsten Teil der Asmodee. Ach so, okay. Ja, da gibt es jetzt drei Wege, ne? Todesberg ist aus Ocarina of Time. Das ist aus Skyward Sword, glaube ich. Und das ist in der Mitte. Skyward Sword, Twilight Princess. Und das ist Ocarina of Time. Gut, Leute. Aber wir machen jetzt die Schluss. Wir werden hier noch einfach und schwer bespielen. Und das heißt, wir sind zum nächsten Parathybisten. Und tschau. Auf Wiedersehen.